Laura, wieso bist du überhaupt hier? Ich bin zu Besuch, ich bleib jetzt hier, hast du was dagegen? Willst du bei Nacht bleiben, oder Laura? Laura, du kannst für immer bleiben. Wahnsinn, oder? Alles zusammen auf einen Haufen. Variation Delecta. Wie siehst du aus? Kurz vorm Ende soll man ja nochmal aufblühen. Du musst mit der Chemotherapie weitermachen, bitte. Laura, du musst mit der Chemotherapie weitermachen, bitte. Du musst mit der Chemotherapie weitermachen, bitte. Für Mama war ich ja immer nur die Schlampe, ne? Wie lange war deine längste Beziehung? Bis zum Frühstück? Was willst du eigentlich? Du hast keine Zwecke in der Geburten. Mann, ich hatte mein ganzes Leben noch keiner Geismus. Wir haben uns von einem halben Jahr getrennt. Kein Wunder, dass der irgendwann abgehauen ist. Geht doch auf jeden Fall. Du landst jetzt. Geht doch auf jeden Fall. Laura? 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 Mach das nicht nochmal mit mir, verstanden? Ich will einen Ausflug machen. Ja, das ist das, Aria. Unser Vater zahlt 180 Euro im Jahr dafür, damit wir hier mal alle zusammen liegen können. Also 180 Euro will ich lieber alleine leben. Ich habe ja nie gesagt, wie lieb ich sie habe. Aber das kannst du doch jetzt machen. Auf jeden Fall.